Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mienekraft. So, jetzt mit Texture Pack, aber das ist noch nicht fertig für 1.8, deswegen sind hier noch die Standard Granit oder ich weiß nicht was es ist, Zenit oder Alex Blöcke. Da hat der Skin gerade nachgeladen. So, wir bauen weiter an dem Haus, was müssen wir noch machen? Genau, wir wollten noch, die Bäume sind schon, cool, die Bäume sind schon gewachsen. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen und dann, oh. So, dann gehen wir jetzt mal kurz. Da habe ich fast mein PC umgefahren. So, dann müssen wir jetzt noch mal kurz ein paar Trappeln machen. Birkenwood ist jetzt, wie sieht denn Birkenwood hier aus, ey? Warum kannst du es? Ist mir doch egal, natürlich, ob du dich abspielen kannst. Du gehst auch davon aus, dass ich deine Sachen abspielen kann im WhatsApp, du Arsch. Du bist nur Kacke. Hier liegt ja darum, nimm. Alter, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt noch aufnehme. Ich habe, ich habe ihm halt gesagt, der will jetzt zocken und ich habe gesagt, ich möchte noch Minecraft aufnehmen. Und, ähm, Starboard in der Frage geht so, wie lange. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und ich müsste es jetzt sagen, keine Ahnung, weil, hallo, so lange wie es dauert, rendern und hochladen und dann nochmal rendern und hochladen und es dauert halt so lange, wie es dauert. Richtig? Ja. Richtig. Richtig. Heiß ich Marvin? Nein. Richtig. 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 Gar nicht wahr. Richtig hat man wenig. Er hat gesagt, er ist der Manuel und ich habe gesagt, nein. Gar nicht wahr, habe ich gesagt. Richtig hat man wenig. Nein, hört ich. Oh. Das musst du rauspiepsen. Richtig. Ich mache dann einfach so, Piep schreibe ich dann noch hin, ist das okay für dich? Ja. Mach ich nicht. Dann sehen wir nicht, weil du zufällig bist. Genau. Weil ich, weil wir 17.24 Uhr haben und ich heute noch hochladen und... Longboard fahren will. Longboard fahren will. Hör, was? Das ist alles eine Lüge, ich fahre kein Longboard, das ist ekelhaft. Ich bin nicht so ein Hipster wie du. Aber nur im Wald, weil es mir besser gefällt. Im Wald! Weil es mir besser gefällt. Sing bitte nicht. Das hat sich an wie ein Elch, der Durchfall hat. Ich habe nicht gesungen, ich habe geredet. Gar nicht wahr. Das sage ich doch. Ja. Hör bitte auf zu reden, das hat sich an wie ein Elch, der Durchfall hat. Mit dem Schwert. Boah, das Schwert sieht cool aus, Alter. Dankeschön. Ja, ich weiß, das hast du gemacht, das Techno Pack, ne? Ja, okay, toll. Genauso wie du LOL entwickelt hast. Ja. Ja, der hat übrigens alle Spiele gemacht. Alle, die es gibt. Ja. Alle. Außer Minecraft. Das habe ich auch gemacht. Nein, das hast du nicht gemacht. Doch, der hat ein neues Spiel geklaut. Gar nicht wahr! Du kannst nicht alle Spiele auf der Welt gemacht haben, wie das glaubst du. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich zusammengebaut. Du hast mich gemacht. Scheißstücken, die rumliegen von Tieren. Du hast mich gemacht. Boah, ba, ba. Du hast es zusammengebaut, habe ich gesagt. Bah, Schuchte. Ah, Schuchte. Ich würde gerne noch ein bisschen Holz haben für Inneneinrichtungen und sowas. Oder wie wohl nichts mehr, weil ich einfach alles für sich verbrauche. Oh, machst du keine Klappe? Weil das so schön aussieht, oder nicht? Nein! Sieht alles hässlich aus. So, wir essen erstmal Porkchop. Das ist ja so. Ich möchte gerne, dass du hier mitspielst, damit ich dich immer staken kann. Und dann, damit ich dann sagen kann, gestaked, ich glaube, ich brauche einen größeren Schnitzel. Der Mike hat mich heute angeschrieben. Ja, richtig, ja, ja. Ja, weil er hat sich ziemlich cool. Komm mal kurz, komm mal kurz ran. Hier, der hat sich was cooles bestellt. Der sieht voll cool aus, ne? Das sind Elben, zwei Hände. Kann er sowieso nicht hochreben mit seinem Puddingarm, aber egal. Aber warum liegt im Hintergrund ein Dildo? Das weiß ich nicht. Du siehst es auch, oder? Ja. Mike, warum hast du im Hintergrund ein Dildo? Ich hab das übrigens hier... Weißt du, der hat so gefragt, so, ja, pennst du heute bei mir? Ich so, schick ihn einfach so die Nachricht, so. Und er so, ich hoffe, ich konnte... Hab ich so gesagt, ich hoffe, ich konnte eine Frage damit beantworten. Und er so, nein. Ich so, ja, dann ist es dein Problem. Du kannst ja mal drüber schlafen. Und warum sollte ich das, Alter? Na ja, ist dein bester Freund. Dann gar nicht wahr. Ich heiße Marvin. Nein. Doch, doch. Nein, dann heiße ich Manuel. Nein, hast du nicht. Wie findest du eigentlich den Ort, wo ich hier baue? Schick, Carsten. Was ist los, Carsten? Go, Mark. Du redest nicht dir selber. Ich rede mit dir. Ja, aber du bist Carsten. Nein, du bist Carsten. Das haben wir festgestellt. Alter, was ist los mit dir? Geh dich mal beleidigen lassen von Manuel. Was war das? Was? Was? Ich hab dir gesagt, du sollst mein Zimmer nicht Long-Mod fahren. Das haben wir abgeklärt. Nein, Long-Mod im Zimmer. Es gibt übrigens schon Timmer-Mod hierfür, ne? Für die 1.8, ja? Es gibt noch schon More-Sport-Mod. Es gibt für die 1.8 auch schon den Ratchet & Clank-Mod angeblich. Das glaube ich aber nicht, weil der wird nicht mehr weiterentwickelt und deswegen glaube ich nicht, dass es den hier schon gibt. Das hat einfach so... Das war wahrscheinlich wieder so ein Typ, der Aufmerksamkeit wollte und einfach den Namen von 1.7.4 in 1.8 geändert hat. Das hasse ich so, ne? Ja, Mann, aber von Wiener. Als alles Bastard aus sind. Genau wie ich. Deswegen schreibe ich ja mal einfach von Wiener, die ist nie ein Dings drin. Für welche das ist. Doch, ich schreibe das hin, für welche Version das ist, aber dann schreibe ich halt nur eine Version hin, auf der das geklappt hat, weißt du? Ja. Und wenn es dann nicht mehr klappt, dann sollen sie einen Kommentar unter dem Video schreiben, dass es nicht mehr klappt und dann sage ich, dann schreibe ich gar keine Version mehr drunter. Fertig. Fettig. Wir waren heute einfach so bei Trink... Wer ist mir? Ja. Getränke, Haus, Trink, ich sag keine Ahnung, Trinkgut. Trinkgut, genau. Und da war da so ein alter Mann, der sagt so, ah, Vorsicht, da ist auch fettig! Und packt mir einfach richtig am Rücken, Alter. Ich dachte mir so, was ist los mit dem, warum packt der mich an, dass genug Platz? Der, der kommt einfach so mit seinen Elbogen und so halt so fettig, bam! Oh, oh ja, 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 und ich denk mir so, pack mich nicht an, Alter. Weißt du, wie war da so mit dem Nico und dem Dustin und dem Alex? Ja, übrigens zwei Dustin in der Klasse, das verwirrt mich voll. Also bei mir eine Alex-Store, glaube ich, noch ein Nico. Ja, ich hab Nico in der Klasse, aber der ist Spanier. Oh Alter, die beiden zacken, die facken mich so ab, ne? Wenn die einen vorlesen, ne? Wo die Gruppenaubteilung war, ne? Die wissen, dass es mehrere Leute gibt mit dem gleichen Namen, aber... Wundern sich immer wieder. Nee, die lesen die Nachnamen nicht vor. Erst auf Anfrage sagen die, ja, du musst in die Gruppe. Ja, weißt du, wie das bei uns ist? Dustin, dann kommen andere Namen, dann kommt wieder Dustin und dann kommt Justin. Oh, das ist richtig lieb. Ja, weißt du, so. Das, und dann... Alter! Gar nicht wahr! Weißt du, weißt du, so, dann steht da so dran, so. Dann haben wir so einen Lehrer, der so richtig nur schüttelt, dann so. Weißt du, wer ist jetzt, wer war das? Weißt du, wie bitte? Weißt du, und dann verstehst du einfach Dustin und der hat einfach Selina gesagt. Weißt du? Und du denkst dir so... Wie? Hä? Cool. Ja, wenn du, wenn du, weißt du, du wohnst einfach schon, du lebst einfach schon seit deinem kompletten Leben einfach in einer Stadt, wo, wo die Aussprache von der U-Bahn und der normalen Bahn einfach unerträglich ist. Also, du verstehst es immer noch nicht. Auf Klaus 9 läuft ein Behindertanz. Nee, ja, ah, mach! Das ist nicht korrekt. Ein Behinderter, ein geistig zurückgebliebener Afro, Afro, Afroamerikaner. Wer hat ein Afro? Nee, das sieht kacke aus. Das sieht kacke aus. Ja, genau wie du. Alter. Was ist los mit dir? So. Ja, schon muss ich, wenn du das hören würdest, ne? Das hört man, Alter. Der furzt hier einfach rum. Weißt du, anstatt mal rauszugehen? Ich bin hier auch noch im Zimmer drinnen. Der ist ja nur hier, um mir bei der Arbeit zu helfen. Ich würde das so fallen, wenn man den nicht gehört hat. Du hast es jetzt einfach gesagt. Das wäre lieber aufgefallen. Ich habe ja nicht gefunden. Was ist ja du? Du bist ja nur eine mystische dritte Person. Mehr Schweintieren. Nee, mein Fähn. Aber okay. Bist du wirklich so aufgeblasen? Wir haben Pinnels. Es kommt doch nicht so heiß, so viel heiße Luft. Du hast es sogar dann, der die deine Fanpage schneiden musste. Oh. Und du gehst heute bei Makedon als was holen? Nee, ich habe genug Blöder für heute. Vorherst. Das glaube ich dir nicht. Ich kann nichts sprechen. Ups. Tata, Hubsala. Ich pups jetzt nur noch live. Ich pups jetzt nur noch live. Ich pups jetzt nur noch nicht. Ich pups jetzt nur noch nicht, ja. Ich pups jetzt nur noch nicht, ja. Entschuldigung. Ey, los mit Kratzen hier rein. Das ist ein fucking Werkzeug. Du nimmst keinen Kratter rein, man muss sofort wegschmeißen. Wow, Jesus, oh, weh. Hast du schon ein Bett? Hast du schon ein Bett? Wie ein Bett? Ja, klack, 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 klack. Ich habe sogar schon Hammelfleisch. elf Minuten. so Jesus Euro die Ehlers Euro Euro ja der ist jetzt zu seiner Freundin gefahren die aber nicht fest ist da wie er der Land der Herd gegen den den Schwester O das ist Barbar das stinkt Bar hat er ja das Wort ein Fläscher Prozent 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 das ist ein Wiener verheiratet Prozent 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 so richtig das ist wie was ich war es nicht die Falle sogar hält das war für die um zu kommen es ist das Toria der Partei ein Ding 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 Schön noch einmal machen müssen ich wollte nur alles auf Gold abend wer ist nicht viel cooler wenn man wenn man auch gut tränks hier reintut und dann wie ich halte denn vier Holzstimmen bekommt ich brauch schon wieder Holz Alter ist doch nicht normal das sieht hier voll cool aus ich will die Bäume hier nicht fällen was ich hab hier aber ich hier die Bäume habe ich ja alle gepflegt wo das ein großer das 8 was kann ich wollen 3 nicht Was hast du denn in der 1.8 jetzt neuen oder so? Hä? Was hast du denn eine gute Neuerung in der 1.8? Die Wasserrandens. Die ganzen Comments, die da neu dazugekommen sind. Und die Amos, finde ich sehr geil. Wenn du die mit dem Pfeiler schießt, gehen die komplett kaputten, ne? Ja? Ja. Toll. Die Wotten, oder mit Schneebellen auch? Mit Schneebellen. Ich fände noch cooler, platzierbares TNT in so kleinen Stangenformen, dass du die so in Blöcke reinsetzen kannst, um so eine gezielte Sprengung zu machen. Das fände ich noch cool. Und dass man dann auch die Erze bekommt. Weil die Erze gehen ja, glaube ich, kaputt dabei. Und ich fände es cool, würde es keine Creeper mehr geben. Ich hasse Creeper. Ja, aber die Creeper wäre das wieder vollkommen, oder? Alter. Weißt du, ich lade den nett in mein Dreckhaus ein, ne? Also in mein Dreckshaus, das aus Dreck besteht, ne? Diesen, diesen netten kleinen Mann, der aus unerfindlichen Gründen aussieht wie ein Penis. Und der macht mir einfach alles kaputt. Ja, wenn du ihm das direkt ins Gesicht sagst, dass er aussieht wie ein Penis. Ich habe gesagt, hallo, hallo grüner, netter Mann, der aus unerfindlichen Gründen aussieht wie ein Penis. Willst du uns immer reinkommen und Tee trinken? Ich lade dich auch noch ein Stück Kuchen ein und er kommt so rein, so. What the fuck? Boom! Das war wunderschön. Das war aus Dreck. Es war schön. Das war aus Dreck. Es war aber aus schönem Dreck. Das war aus Dreck. Das war schöner Dreck. Es gibt auch sowas wie schönen Dreck. Habe ich da gerade einen Apfel gesehen? Habe ich da gerade Pommes gehört? Wir haben darüber geredet. Nicht, wer ich aufnehme. Was sagst du, soll ich mir Resident Evil 4 HD holen? Oder? Resident Evil 4 HD. Es gibt kein anderes Spiel. Ja doch, es gibt ein anderes Spiel, das hat ein, das ist so wie Brick Force, äh, nicht Brick Force, sondern wie, ähm, wie heißt es das, äh, Ace of Space? Jetzt, finde ich, ist das ein bisschen so, na, aber, weiße, dieser Typ, ne, der ist so unnormal, der frisst einfach fünf Äpfel und nach zehn Sekunden hat der wieder Hunger. Hallo, das ist so nur Gemüse. Junge, äh, der isst, der isst drei Schnitzel und danach hat danach wieder Hunger. Was, was mir noch fehlt, ist, dass man aus, dass man Brot zerschneiden kann oder aus zwei Broten und einem Steak ein belegtes Brot machen kann. Das fehlt mir noch. Das wäre echt geil. Das, das, das fände ich nicht. Wenn ich hell mehr essen, so was du mag, craften kannst. Ja, du kannst halt viel Gemüse anpflanzen, aber so zum Craften, so zum Beispiel so ein Burger ist jetzt wirklich schwer zu machen, oder? Ich meine, die Pferde, ja, das ist zu heftig, aber so, so, so ein bisschen mehr als, more food, finde ich, ein bisschen zu kompliziert, aber schon, das ist mir zu viel. Aber so ein bisschen mehr ist nicht überziehen, den Part, egal, wir machen das jetzt noch fertig, wir, ein bisschen mehr essen, könnte schon sein, bisschen, ja. Wir brauchen auf jeden Fall später noch Sand für die ganzen Fenster und, ähm, den Keller als Kistenlager, weil unser Inventar wird langsam immer voller, wie mein Magen, nein, der ist leer. Ja, ich hab' auch, meine Mutter meinte so, pass auf, ich, äh, nimm mir grad so ein bisschen ab, so, und, ähm, hab' jetzt auch schon F, als Maul, hab' jetzt auch schon erfolgreich viereinhalb Kilo abgenommen. Ich esse immer noch normal, ich achte halt nur ein bisschen mehr darauf, was ich esse, und, ähm, meine Mutter machte so Tagatella, das sind so, ähm, Tagatella mit Spinat, das sind halt so Nudelnester, so Spinnnester, Nudelnester, aus, ähm, das sind halt so zusammen, Spinnnester aus dem Keller. So, 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 genau, so zusammenge-, so, so zusammenge-, knuddelte Nudeln, einfach so, wo einer so, so, boah, 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 und dann in so ne Tüte gebrochen, ja, und, auf diesen Nudeln ist dann, also auf dieser Nudeltüte ist ein, Auer, Druckfehler drauf, da steht einfach, 100 Gramm, pass auf, haben, 1000 500 Kalorien, und, das kann nicht sein, weil, das hat niemals, mehr Kilojoule als Kalorien, Kilojoule ist immer mehr als Kalorien, 360 Kilojoule und 1500 Kalorien, ja, klar, so, erst mal war das, konnte ich 100 Gramm Nudeln essen, und war dann bei, war dann halt schon, also 200 Gramm gekochte Nudeln sind 100 Gramm rohe, äh, ungekochte Nudeln, weil die saugen ja auch Wasser auf, so, und, ähm, ich esse dann einfach mit so ein bisschen Spinat, mit so ein bisschen Spinat, und jetzt, weil gibt's jetzt noch dazu, ja, nix, und davon, so ich sagte, wie, ich kann doch nicht von 200 Gramm Nudeln und einen halben Löffel Spinner zack werden, Alter, ich hab gestern, ich hab gestern 200 Gramm Spätzle, äh, geschnetzeltes, und Tomatensauce gegessen, und war davon satt, aber ich werde doch davon, ich sag, ich esse, das hat ein ganzes 500 Milliliter Naturjubor und Brot, und ich nehme trotzdem, das ist ziemlich cool, ja, ich muss den Partner, dann habe ich gesagt, ne, ja, auch hochladen, schadig, glaube ich nicht mehr, äh, das ist Starian, vor 20 Uhr, ich möchte vor 20 Uhr noch ein Hochhaben, Spuchel darf man nicht als Schimpfung benutzen, nicht, war es so stark, Klemme Teile ist homosexuell, so, Johnny K nacke es zu werden, es wird es werde etwa ein und wenn wir sagen, dass sie ganze Zeit dafür wieder verlagte, es dauert auf und dann führt es darauf,